Ich bin Uwe Grupper. An der Hochschule Fulda lehre und forsche ich im Fachbereich Lebensmitteltechnologie im Spezialgebiet Lebensmittelverfahrenstechnik. Lebensmittelverfahrenstechnik ist die Wissenschaft, die sich mit den Prozessen zur Herstellung von Lebensmitteln und den dazugehörigen Komponenten und Anlagen beschäftigt. Für den Verbraucher möchten wir durch unsere Arbeit sichere Lebensmittel in hoher Qualität schaffen. Der Produzent der Lebensmittel profitiert von der Arbeit durch ressourcenschonende Produktion in möglichst hoher Güte. In einem unserer Projekte erfassen wir Parameter, um mit der besten Maschine den optimalen Kaffee herzustellen. Davon profitiert das Land Hessen und der Bürger durch eine bestmögliche Ausbildung und eine hohe Qualität in der Lehre an unseren Hochschulen.